Da hat er keine Schraufel. Ja, dann müsst ihr euch... Warte, ich kann euch von oben eine runterschmeißen. Oh. Ich habe zwei in meinem Inventar. Hier neben dem Feld, da dürfte jetzt eine liegen. An der Ecke des Hauses. Hier unmittelbar unter meiner Position. Hier liegt sie. Ich habe sie in meinem Inventar. So, ich benötige einmal wieder Eichenholz. Eichenholz habe ich etwas. Ja, ich habe auch noch genügend in meiner Kiste. Nur ist es halt hier, wie man ja sicherlich sehen kann, verbraucht dieses Haus. Also wurde hier und wird zum Bau sehr viel Eichenholz benötigt. Das war knapp. Huh, ich wäre beinahe durch meinen eigenen Kabinen nach unten gefallen. Oh, das wäre nicht so gut gewesen. Nein, gewiss nicht. Gewiss nicht, mit Sicherheit nicht. Nee, das wäre... Dann hätten wir ja keinen Führer mehr gehabt. Das wäre... Ich denke, ich wäre nicht gestorben daran, aber es hätte höllig wehgetan. Ja, und... Sie wären wahrscheinlich für einige Zeit sogar bau- und fähig gewesen. Und es dunkelt schon wieder. Ja, es dunkelt schnell. Das ist mir auch schon aufgefallen. Es ist teilweise recht schnell dunkelt. Ja, ich bin unterwegs. Ah, guten Morgen. 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 Ich danke für dieses Kompliment. Ich bräuchte vielleicht etwas Zaun. Oder kleine Mauern aus Stein. Etwas Zaun oder kleine Mauern aus Stein. Ja, warte. Zaun. Zaun dürfte in meiner Kiste sein. Geht in mein Herrenhaus. Da gibt es eine Kiste. Da müssten Zäune drin sein. Ah, okay. Ah, ja. Hier. 49 Zäune. Ja. Ja. Ich hätte schon einmal vor, ein Feld anzulegen. Aus dem Grund habe ich schon mal so viele Zäune gemacht. Ah. Ich würde dann später auch das Weizenfeld einzäunen. Ja. Damit dort keine Monster, die er erntet ist, stören können. Das könnte man machen, ja. So. 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 Und ich habe schon wieder beinahe keine Steinziegeltreppen mehr. Hier scheint sehr viele zu brauchen. Ja. Ja, das ist auch sehr groß. Ich brauche in der Tat sehr viele. So. Ähm. Das funktioniert nicht ganz. Okay, hier kommt man erstmal darüber noch hoch. Gut. So, jetzt schaue ich mal wieder in den unteren Bereich meines Hauses. Ah, vortrefflich. Und ich habe schon... Was sagt ihr? Ich habe schon wieder... ...kein Cobblestone mehr. Das ist nicht sehr praktisch. Nein. So etwas ist nie praktisch. Kein Cobblestone mehr zu haben. Zumal ich ihn ja auch relativ dringend brauche. Das heißt, ich werde mich wieder in die Mine begeben müssen. Ja. 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 So. Ja, der Verbrauch ist tatsächlich sehr, ziemlich hoch. Ja, weil ich verarbeite den Cobblestone zu Stein und dann zu Stonebricks. Ja, da kommen sehr viele. Ich hoffe, eure Farben wird mir euch nicht missfallen. Pff, ich... Nein, ich bin da in solchen Dingen eigentlich zuversichtlich. So. Habt ihr noch etwas zu essen? Äh, ich habe noch etwas, aber ansonsten schaut im Kornspeicher nach. Da dürfte eigentlich auch etwas sein. Und ansonsten erntet doch die Felder ab. Ja, stimmt. Ihr als Farmmensch solltet so etwas eigentlich wissen. Ja, das wäre... Von Vorteil. Ja. So. Weiter geht's. So. Da. 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 Na gut, ich war ganz kurz Ich war gerade ganz kurz weg So So Ah, sehr schön Euer Feld gedeiht schön Mein Feld gedeiht schön, das ist sehr gut Das Kaun hat eine schöne Qualität So, was gab es Weder in Ventsuaden noch in Neu Ventsuaden Ja, es ist halt so Das Schöne an einem neuen Land Müsste eigentlich diese Felder noch mehr erweitern Um dieses Schöne Korn auszunutzen Ja Ich glaube Raphael hat geplant, es noch weiter zu erweitern Allerdings weiß ich nicht genau, wie er das geplant hat Ich werde ihn mal fragen Ja, wenn er wieder da ist So, jetzt muss ich in die Ja Jetzt muss ich in die Mine Ich werde euch leider nicht begleiten, weil ich Erstmal andere Dinge zu tun habe Ja, ist natürlich Verständlich Sehr gut So, was haben wir hier Hier brennt Stein Da wird ebenfalls Stein gebrannt Puh Während sowohl der Stein wie auch das Eisen noch brennt Und die Sonne ja auch bald untergeht Dann werde ich noch etwas Holz hacken Ah Ja, sieht doch ganz schön aus So Es dunkelt wieder Ich komme gleich Ja, ich bin selber noch nicht Da Ich hacke gerade noch ein wenig Holz Etwas, was ich mir ebenfalls noch verschaffen muss, ist noch ein wenig mehr Ziegel Ja Damit ich meinen Kamin noch zu Ende bauen kann Ich bin bereits auf dem Weg Sehr gut So So Genau Holz gehackt habe ich Noch ein wenig mehr Ah, sehr gut Und Ah, weiteren Stein Wie lange braucht dieser Stein noch Auch noch eine Weile Gut Dann machen wir erst einmal noch einen Spitzhacker Gut Gut Und ich begebe mich dann mal in die Mine Ja Da wird sicherlich noch mehr Cobblestone auch benötigen werden Nicht nur ich, sondern auch Raphael wird ja noch weiteren benötigen Ich bin認為 Das Problem Das Problem Und ich finde mich noch Learn